Sixteen Und im ersten Lauf sehen wir Lane 3 Tuck Schleck Auf Bahn 4, Lane 4 Francesco, Ivan, Anastasio Auf Bahn 5, Lane 5 Apostolos, Tugdodus Und auf Bahn 6, Lane 6 Juan Ignacio, Reis Anastasio 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 Untertitelung. BR 2018 Well, these three swimmers are very close here in Lanes 3, 4 and 6, Tarax, Lattery, Francisco, Ivan, Anastaccio and I think it is in Lane 4, it's the Brazilian swimmer who is just going to touch first. What a close heat for the first one of 16. Und wir machen dann weiter mit Lauf Nr. 2. And now for heat 2, in Lane 0, Tyson Eggert, in 1, Andreas Katsaros, in 2, Florian Hare, in 3, Christos Tampaxis, in 4, Ioannis Kostakis, in 5, Joao Correa, in 6, Philipp Rammestorfer, in 7, Joao Martins, in 8, Luis Eduardo Royos, and in 9, Enrique Samuel Oliveira Gergen. And now here's some support for our apostasy. Apostolos Sousis from Greece. And now here's some support for our apostasy. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Daniel Simon, Andri Kalina, Maurice Dielen, Nils Grönenberg und Christopher Gregorio Tronco. The reserve swimmers are Aaron Moores, Mikkel Schoenmacher, Victor Komeni, Rick Pendleton and Andreas O'Neill. Und wir machen dann weiter mit Lauf Nr. 4, Heat 4 und sehen hier auf Bahn 0, Lane 0, Andreas Chesny, auf Bahn 1, Thorsten Hähnel, Bahn 2, Lane 2, Mohamed Mohammadi, Bahn 3, Moritz Ulbricht, Bahn 4, Wolfgang Unger, Bahn 5, Lane 5, Michael Thor, Massetta. Auf Bahn 6, Lane 6, Xavier Kanan des Aguan. Auf Bahn 7, Lane 7, Christoph Schewanowski. Auf Bahn 8, Julian Hirschel. Und Bahn 9, Lane 9, Aristaristes, Morabitidis. Und da, Julian Hirschel. 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 Und da, Julian Hirschel Was uns noch bleibt, die Jugendfinalbesetzung, 50 Meter Brust der Männer, hierfür haben sich qualifiziert, Julian Erxleben, Jens Heller, Linus Nato, Maximilian Weber, Klaus Steinhauer, Erik von der Lucht, Francesco Kolle, René Schaub, Daniel Adamicki und Robin Britton. Ersatzschwimmer sind Adam Karras, Erik Tartalan, Marke Göricke, Sven Postelmann und Marius Behrens. Auch hier gilt die Abmeldeprist wieder bis 13.30 Uhr. Und weiter geht's mit Lauf 5. Und jetzt geht's mit Lauf 5. In 8, Fabian Brunner und in 9, Günther Kolpak. Und jetzt geht's mit Lauf 5. Und jetzt geht's mit Lauf 5. Und jetzt geht's mit Lauf 5. Die Leading drei Swimmers sind in Lanes 1, 3 und 6. Die Leading drei Swimmers sind in Lanes 1, 3 und 6. Es folgt jetzt Lauf 6. Und jetzt Lanes 6. Die Leading drei Swimmers sind in Lanes 1, 3 und 6. Die Leading drei Swimmers sind in Lanes 1, 3 und 6. Die Leading drei Swimmers sind in Lanes 1, 3 und 6. Und als sie zum Schluss kommen, sie sehen, wie Dustin Schmitz, Stefan Zahra und Seijin Kim. Und in fact, Seijin Kim, gut finish. Weiter geht's mit Lauf 7. Und jetzt geht's mit Lanes 0, Léo Marinov. In 1, Sandro Vestal. In 2, Janich Nasvetter. In 3, Alejandro Jared Royas Cabrera. In 4, Miguel Luca Avila. In 5, Santiago Londono. In 6, Jan Povicil. In 7, Christian Fleming. In 8, Andrei Nörter. In 9, Simon Prodanovic. In 6, Jan Povicil. 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 und Es ist eine gute Runde hier. lane 5 and 7 Santiago Londono and Christian Fleming and it's just a swimmer in lane 5 Santiago Londono just finishing ahead of Christian Fleming anybody's guess for 3rd place well I couldn't split them and now H8 and here we see on lane 0 Adam Carras on lane 1 Joseph Balicki on lane 2 Roy Langer on lane 3 Emanuel Paulin on lane 4 Eric Schröder on lane 5 Jonas Larsen on lane 6 Pami Guddolsen auf Bahn 7 Hannes Schirrmann Bahn 8 lane 8 Victor Kemeny und Bahn 9 Marco Glatzel 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 7 6 7 7 7 7 9 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 In 8, Gholam Hossein Sahebakar. And in 9, Max Gelmhav. And in 9, Max Gelmhav. And in 9, Max Gelmhav. Es folgt Lauf 10. And now for Heat 10. Auf Bahn 7, Malte Braunschweig. Bahnacht Lane 8, Zolt Beretschkei. Und auf Bahn 9, Lane 9, Marino Ingo Adolfsson. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Auf unserer Videowand ist ein besonderer Service für euch eingezeichnet. Ihr seht dort eine blaue, eine grüne und eine rote Linie mitlaufen. Die sagen euch, ob es 500, 750 oder 1000 Punkte sind. Hier werden ja die Leistungen der Schwimmer, damit man sie in etwa vergleichen kann, in Punkte umgerechnet. Und die rote Linie sagt euch, was 1000 Punkte sind. Die grüne 750 und die blaue 500. Und jetzt seht das wunderbar oben, die blaue Linie, die grüne Linie für jeden Schwimmer. Wie viele Punkte er jetzt gerade in diesem Moment erreicht. Und dann kommt auch das Punktergebnis gleich da. Also eine kleine Orientierung, eine echte Hilfe für unsere Zuschauer. Es geht weiter mit Lauf 11. Und jetzt für die 11, in Lane 0, Felix, Adrian Schulze. In Lane 1, Szilard Szabo. In 2, Bernhard Mikrocheck. In 3, Klaus Rieber. In 4, Nils Bender. In 5, Julian Erksleben. In 6, Maximilian Weber. In 7, Markus Ziger. In 8, Christian Kiesel. And in 9, Michael Köhler. In 7, Markus Ziger. And once more again in English. so we have a very special on our video wall for the spectators, look to the red, to the blue and to the green line, the red line is 1000 points for swimming, 750 the green line and the blue line is 500, so you can look how many points the swimmer can swim with the time, so we are looking to the video wall now, and I think it's coming, yeah, there you can see the blue one, that is our 500 points, and then look to the results, they are 352, it was a little bit behind the blue, so you can look in the race how many points the swimmer can swim. And now for heat 12. Bahn 8, Bastian Fontaine und Bahn 9, Sebastian Koshy. And we are looking forward for the afternoon session, so the afternoon session is starting 15 minutes before 4 o'clock, so am Nachmittag, Die Nachmittagsabschnitte beginnen dann ab 15.45 Uhr, und es wäre schön, wenn ihr dann natürlich auch wieder ganz zahlreich hier bei uns seid. Es folgt Lauf 13. And now for heat 13, in lane 0, Ludwig Niren, in 1, Roman Dichel, in 2, Yuri Prezzi, in 3, Andreas Nord, in 4, Yevigny Alijev, in 5, Yunichi Kawai, in 6, Jakub Halas, in 7, Jens Galenzi Henza, in 8, Mahid Gafarian Shadloo, and in 9, Benjamin Vesa. Jeitera, in 9, Benjamin Vesa, in 7, Benjamin Vesa. Jeitera, in 1, Joe Mózica. Jeitera, in 7, Leo Mózica. Jeitera. Ja, in 8, Brennan, in 7, Benjamin Vesa. Vielen Dank. Und weiter geht's mit Lauf Nr. 14. Auf Bahn 5, Lane 5, Albert Jellis. Bahn 6, Lane 6, Gino Catano. Auf Bahn 7, Lane 7, Sebastian Matschak. Bahn 8, Lane 8, Matthäus Wartnig. Und Bahn 9, Lane 9, Daniel Diaz. Bahn 8, Lane 9, Daniel Diaz. Bahn 8, Lane 9, Daniel Diaz. Bahn 8, Lane 9, Daniel Diaz. Weiter geht's mit Lauf 15. And now in Heat 15. 9, Klaus Steinhauer. Bahn 8, Lane 9, Daniel Diaz. Und wir kommen zum 16. und letzten Lauf. Und hier sehen wir auf Bahn 0, Lane 0, James Pusenteu. Auf Bahn 1, Lane 1, Lane 1, Rick Grunewald. Auf Bahn 2, Lane 2, Jack Thomas. Auf Bahn 3, Alexander Ebert. Auf Bahn 4, Lane 4, Andre Brasil Esteves. Bahn 5, Lukas Ludwig. Bahn 6, Lane 6, Alberto Pawan. Bahn 7, Lane 7, Chayin Zada. Auf Bahn 8, Patrick Lukas. Und auf Bahn 9, Lane 9, Rackmalt Jensen. Bahn 8, RobinsonLY. Didi? Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt kommen wir zum Event 22, das Mädchen 4x100 Meter individuelle Medellin.